Das ist eh der krasseste hier. Kacca Candela 2005, Leute. War das hier überhaupt? Hier war das. Hier! Hier! Einfach jetzt zu Candela, Lange, er ist der allerechte Multimillionär. Als Sophie Ballet, dachtelt in der Jacke von Montclair. Der Manker, rennt der Oberkörper wie Heimweh. Und Zeitvermögen ist mit dem Mann immer mehr. La la la, la la la, yeah! Geil.